schön dass ihr da seid und danke fürs einschalten wir stehen direkt vor einem boss mehr oder weniger und ich werde jetzt einmal noch ein bisschen backtracken ich will nämlich gucken was da oben noch ist da war ja was hier ging es ja noch nach rechts oder nee wo war das da eine tür weiter vorne ein ein bad ein portal weiter vorne hier da gibt es noch ein bisschen was tagebuch dass sie geht es wieder schlecht ok oder unten ist auch noch was aber da kann man runter droppen guck mal der erste encounter erschreckt mich erst mal vollgas heilige marke des erzbischofs ist hier der schlüssel verstärkungsrahmen der werkstatt gewerkschaft verstärkungsrahmen der wer das ist glaube ich hier der da ist schwerer aber hat physische schadensreduktionsrate 4,25 mehr ne passt schon gucke ich mir jetzt das noch an komme ich hier easy wieder hoch ja diese orgel so jetzt hier jetzt hängt da natürlich einer der kommt jetzt direkt hoch wenn ich ne dann wollte doch die nonne die wollte doch diesen die nonne wollte doch dieses ding haben war die nonne nicht hier irgendwo da ist sie attributswiderstands am pulle ok gut und damit auf in den bosskampf so zweite phase das ding hat eine zweite phase jetzt warten wir kurz bis der verfall weg ist ja 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 Uff, 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 uff. Ja, okay. Erstmal wieder reinkommen mit Blocken und so. Erstmal wieder reinkommen. Es ist zwar jetzt tatsächlich nur ein Tag, also gestern, aber Säureschadenaufbaut erhöht seinen Monstern erledenen Schaden. Die Waffenhaltbarkeit. Waffenhaltbarkeit sieht gut aus. Passt schon. Waffenhaltbarkeit. Waffenhaltbarkeit. ja ja erst mal die muster kennenlernen von dem kollegen von der anderen seite kommt auch noch einer ich muss mein leben ein bisschen besser im auge behalten okay gut dann gleich nochmal mal da kommt auch manchmal noch einer von der anderen seite okay okay wo ouch okay 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 Ah, Damage. nimm deinen gott an höre seinen einflügeligen engel diese diesen sound den der machte ist auch die ganze zeit nebenher am quasseln und let's go Ich vergesse mal den rechten noch, den er da macht. Jetzt ist er zu weit weg. Jetzt ist er zu weit weg. Ich darf in der ersten Phase nicht so viel Leben verlieren. Und ich sehe auch noch nicht so richtig. Ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht 100% raus. Huch. Also der erste Schritt ist erstmal in der ersten Phase nicht so viel Leben verlieren. Das ist der erste Schritt. Wenn ich in der ersten Phase ohne Heilung reingehe, dann ist eigentlich schon fast verloren. Wenn ich in die zweite Phase ohne Heilung reingehe, dann ist es schwierig. Und vielleicht halte ich mir das Flammending auf für die zweite Phase tatsächlich. Ich habe das Flammending. Und dann ist es doch auch noch weiter. Und dann geht es für jeden Mal dann wieder. So. Ich habe das Flammending. Und dann kann ich das Flammending. Und dann kann ich es vielleicht wieder. Oder ich kann das Flammending. Oder ich kann das Flammending. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ich habe nur zwei Heilungen gebraucht. Ich will auf deine Rückseite. Verdammt. Oh, zu gierig gewesen, zu gierig. Gold wird unser Grab. Zu gierig nach Schaden gewesen und mein Leben ein bisschen aus den Augen verloren. Nachdem ich ja gestern, in der letzten Folge, mich so sehr gefreut hatte, dass ich ihn den First Try gemacht habe. Und dann kommt die zweite Phase. Aber die hatten auch, also die großen Bosse hatten bisher alle zwei Phasen, ne? Also, das ist natürlich auch einfach ein bisschen. Also, das ist eine große Angelegenheit. Und dann geht's mal. Also, das ist ein Jaune SEN1. Aber das ist ja schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, jetzt schleifen auch nicht vergessen, die Waffe schleifen nicht vergessen Oh! Heilen diesmal nicht vergessen Oh! 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 Laser! Oh! Oh! Was war das denn? Oh! Okay! Ich dachte zur Seite gehen reicht aber dann trifft mich der seine Rückseite bzw. seine Vorderseite Ach keine Ahnung auf jeden Fall der einflügelige Engel kann mich dann anscheinend treffen wenn ich zu sehr an die Seite gehe Okay Gut zu wissen Ich darf auch nicht vergessen, dass ich den noch habe, wobei der verbraucht aussieht Seltsam Der Würfel Ich habe mir das geschafft Okay Ah 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 Shit. Wie ich immer versuche zweimal zu hauen. Okay, okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay. Okay. Hat ein bisschen anderes Bewegungsmuster in der zweiten Phase. Ei, ei, ei. Okay, voll Gas konzentriert, ey. Okay. So weg, sobald dieser Kampf losgeht. Okay. Okay. Ich hab schon wieder versucht zweimal zu hauen, ne? Ah, was mach ich denn? Gibt's doch nicht. Viel zu viel Schaden. Okay. 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 Mami. Oh, oh. Ich bin an seinem Fuß hängen geblieben. Ich bin an seinem Fuß hängen geblieben. Das hat mich gerade ein bisschen... Verdammt. Come on. Die Bosse hier in diesem Spiel, die sind schon richtig gut, ey. Die Bosse hier in diesem Spiel. Das war nicht gut bisher. Ach, come on. War nichts gut bisher. Gar nicht gut bisher. Was rennst du so weit weg? Was zum... Okay. Gar nicht gut, gar nicht gut. Viel zu viel Leben verbraucht. Au. Was passiert? Oh, oh. Ne, bleib mal bei dem, bitte. Oh, Laser. Alter. Ach so, da drüben passiert sowas. Okay, wild. Boah. 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 war. Aber das war schon ein ganz guter Versuch jetzt. Huh. Mir geht da jedes Mal so die Düse, ne? Bei so einem Bosskampf. Brutal. Wem mich das mitnimmt. Wem mich das mit. Boah, komm ey. Dann war er, dann war er ein bisschen zu weit weg. Nein. Lass mich jetzt dich hauen. Das gibt's doch nicht. Dass ich meinen schweren Schlag nicht aufladen konnte jetzt gerade. Oh, Mann. Ha. Gut. Da war grad, da war grad. Irgendwie war ich komplett aus dem Timing raus. Ganz seltsam. Ganz seltsam. Nein. Genau. Nicht. easel. Wir sind einfach mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt kommt er bis zu mir Wir bleiben ganz ruhig 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 Ich drück doch, ich drück doch Ich drück doch Okay Ach Fuck off Ich weiß es doch, dass da drei kommen Hmm Alter Was ist das für ein Move Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Das sieht so seltsam aus Und das ist einfach so seltsam Und er wackelt dann so auf mich zu Wie so ein I'm happy happy dog I'm happy dog I'm happy happy dog Kennt ihr das Video Da gibt's doch so ein Video Oder Also nicht oder Da gibt's so ein Video Wo so ein Hund wackelt Und irgend so ein Typ singt drüber Ach das ist einfach zu amüsant Hör auf mit deiner grässlichen Zunge Ich schneide sie dir irgendwann ab Ich schneide dir deine grässliche Zunge irgendwann aus dem Maul Ach jetzt hat er wieder Das ätzende Timing mit dem ich nicht zurechtkomme Jetzt aber so Zu viel Leben verloren Grässliche Zunge Das ätzende Timing mit dem ich bin Was Was Ich dachte ich hab ihn erwischt Und hab mich schon gewundert Warum er so weit wegfliegt Okay I'm happy dog I'm happy happy dog I'm happy dog Okay Warum auch immer der erste Da kein Treffer von ihm war Habe ich nicht so ganz verstanden Habe ich nicht so ganz verstanden Okay. Nice, 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 nice. Das war gut. Bis jetzt. Shit. Oh, oh. Ne, Laser. What? Was zum Teufel? Wie weit lasert der denn? Was ist das? Boah, das war richtig gut. Und dann kommt so ein dreckiger Laser, der mich einfach one-hitted bei über der Hälfte HP, oder? Ich hatte mehr als die Hälfte. Hatte ich mehr als die Hälfte Leben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte mehr als die Hälfte. Vielleicht soll ich mal Widerstände erhöhen gegen Laser. Hier. Feuer, Elektroblitz, Säure. Feuer ist es ja nicht physisch. Säure, Schadensreduzierungsrate. Es ist aber auch keine Säure, oder? Ne, der... Das wird Elektroblitz sein, oder? Der Laser. Hm, dann habe ich nichts. Was ist das? Störungswiderstand, Schockwiderstand, Brechenwiderstand. Gegen Schock, gegen Brechen. Störung. Keine Ahnung, das ist in allem besser. Nehmen wir. I'm a happy dog. I'm a happy, happy dog. I'm a happy dog. Ich schneide dir deine Zunge aus dem Hals. Ich schneide dir deine Zunge aus dem Hals. Ich schneide dir deine Zunge aus dem Hals. Ich schneide dir deine Zunge. 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 Fuck you. Jetzt, Atlet. I'm a happy dog. I'm a happy, happy dog. I'm a happy dog. Ups. Den verpeilt. Komm jetzt her. Lauf doch nicht weg. Wie oft ich seine Zunge jetzt schon auf den Kopf gekriegt habe, ne? Oh Gott. Das trifft nicht. Okay. Glück gehabt. Oh oh. Oh Gott. Okay, man muss gar nicht so. Okay. Doch, man muss ihn voll aufgeladen haben. Aber ich hatte gerade irgendwie Glück. Ich hatte bei irgendwas ein bisschen Glück. Alter. Schon wieder die Zunge auf den Kopf gekriegt. Reicht dann auch mal wieder. Mann, 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 Mann. Ach. Verflucht. Ne, 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 ne. Ich will heilen. Oh Gott, ich war auf dem falschen Ding drauf. Ich vergesse immer, dass wenn er beide Pfoten nach unten schmeißt, dass dann noch ein Wischer zur Seite kommt. Den vergesse ich immer. Und der erwischt mich dann. Ich hätte echt gerne noch diesen Dreifaltigkeitsschlüssel gefunden hier in der Gegend. Aber es war mir nicht vergönnt. Ich dachte, ich war wirklich überall jetzt. Hm. Vielleicht vor der Kathedrale noch irgendwo. Vor allem, weil ich den ersten auch so easy gefunden hatte. Was der Freak? Gerade eben habe ich es gesagt, ne, dass der Wischer noch kommt von der Seite. Können wir mal kurz ein bisschen hier weggehen? Keine Chance. Ich war eingeklemmt. Was soll ich machen? Ich habe nichts gesehen. Das war... Der zählt einfach nicht, der Versuch. Der zählt einfach nicht. Ich glaube, ich bin irgendwo in seiner Pfote sogar festgesteckt oder so. Hm. Seltsam. Diesen Move, den macht er auch jetzt zum ersten Mal. Also in der letzten Runde hat er den zum ersten Mal gemacht. Warum? Kommt jetzt aus dem Nichts noch ein neuer Move dazu? So. Ah ja, jetzt hat er einen Ball. Komm, wir lassen ihn jetzt noch ein bisschen was anderes machen. Den Boss. Kannst du bitte aufhören, jetzt plötzlich dein gesamtes Pattern zu verändern, das ich mir eingeprägt habe, mit dem ich super klar gekommen bin? Und jetzt machst du auf einmal ganz andere Dinge? Zweimal hintereinander dehnen, ey. Du kriegst es nicht. Ach, dieser Wischer. Ah, ich bin zu weit weg. Und wieder, ich habe zu viel Heilung gebraucht, jetzt schon. Was ist das für ein Pattern, das hier plötzlich kommt? Das gibt es doch gar nicht. Das habe ich noch nie gesehen, dass er so nach vorne trampelt. Und jetzt auf einmal, zwei Runden hintereinander, hauptsächlich den. Was ist das für ein? Was ist das für ein? Ach, den macht er auch noch nach vorne. Die Drecksau. Hä, warum ist das so anders jetzt? Was habe ich gemacht? Auch das? Und jetzt hänge ich hier wieder in irgendeiner Ecke. Ganz wild. Ganz wild. Dass sich das jetzt auf einmal so verändert. Ich will nichts von dir. Lass mich, lass mich. Da ist der Kumpel, den ich angreifen will. Ja, ohne Heilung. Es war eh rigged. Es war eh rigged ohne Heilung. Aber ich, also, hä? Muss er sich auf einmal komplett umorientieren. Macht er auf einmal so einen Trampler nach vorne, so einen Wobbler, den er in der ersten Phase bisher eigentlich eher nicht gemacht hat. Das hat mich total aus dem Konzept geworfen. Hier, was? Ja, ja, guck mal. Hier, den. Den hat er. Das ist... Warum kommt der jetzt auf einmal? Und in alle Richtungen... In alle Richtungen bewegt er plötzlich seine Pfoten, die jetzt, das vorher nicht passiert ist. Das ist jetzt schon wieder verloren. Und jetzt kommt der Wischer. Oh Gott, oh Gott. Und jetzt kommt der Wischer. Was? Okay, Destleave, okay. Na, schon wieder die Zunge auf den Kopf. Oh. 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 Darf ich hier mal ganz kurz raus bitte aus dieser Ecke? Okay. Oh nein. Der Laser. Park, was ist denn das? Wo soll ich... Das ist schon wieder so ne Ding. Wo? Wo lasert der hin? Muss ich weiter weg? Neben ihm bin ich nicht sicher. Und dann quetscht er mich in so ne Ecke rein. Ist das zum Kotzen? So ein Mist ey. Das kann doch nicht sein. Ich bin mittlerweile relativ gut. Ey, ja, ich hab doch gedrückt, Mann. Und der Wischer. Wupp, genau. Und von oben. Und von der Seite. Jawoll. Ey. Ok. 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 You. 修. Ich bin schon am Chargen. Gut. Gut. Gut gud 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 gud. Let's go. Hj khi u wanzig der nur Schwer! ja er macht das zweimal stimmt 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 ist gut ach shit ja da kommt dann der watschler der happy dog kommt dann der happy dog kommt ja dann auch noch dazu wenn ihnen jedes mal dieses dieses wort lesen und italienisch denken müssen jungen und der wischer ja keine ahnung wenn er dann so komisch über mir steht weiß ich auch nicht na bitte geht doch man muss da einfach manchmal auf den moment warten und der wischer scheiße ja 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 oh man schon wieder viel zu viel leben verloren in der ersten phase was war der plan hier Mist warum haue ich denn nein doch es hat gereicht laser 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 warum wo soll ich denn hin mann oh scheiße wo soll ich denn bei diesem scheiß laser hin weiter weg ich muss versuchen von ihm wegzurennen glaube ich aber das ist macht doch auch keinen sinn er lasert doch oder explodiert er einfach ich darf in der ersten phase ich darf nicht so viel leben verlieren mann ja 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 was lass mich jetzt meinen schweren angriff durchführen verdammte scheiße reicht's und dann treffe ich mich mann ja und dann reicht die reichweite nicht ahhh ahhh aaaaaahh aaaaaaahhhh ahhhh aaaaaaaahhhhh aaaaaaaahhhhh Okay, nochmal. Nein, oh Gott, ey, zum Glück. Nee, hier wird nicht aufgestanden, nix da. Du bleibst schön am Boden liegen, wo du hingehörst. Die Zunge, ey. Nee, Mann. Was? Nein, nicht nochmal in der... Was zum Teufel? Halt, Stich, Knauze, Mann. Es reicht jetzt, verdammte Axt. Ach, fuck. Er macht natürlich wieder den Angriff, der schnell genug ist. Ey, null Leben. Ich hab null Leben. Ja, ist ja gut. Lass mich einfach hinten an deinen Arsch. Kann ich bitte... Kannst du bitte aufhören, mir auf die Fresse zu hauen, wenn ich zu deinem Kumpel will? Wir uns dann... Oh Gott, ich bin jetzt noch da. Schmerz aufhören, ich bin jetzt noch da. Hö Radin. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.